Tordi und ich haben zwei dummer einen Gedanke in Minecraft gespielt. Drei, zwei, eins, go. Ah, okay. Ich verstehe schon, in welche Richtung du hin willst. Drei, zwei, eins, go. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie mit Lila und End gedacht, aber Obsidian check ich mehr jetzt im Nachhinein. Ah, ich finde das jetzt gar nicht so schlecht. Boah, das passt perfekt. Doch, findest du nicht auch der nervt ein bisschen? Der schaut mir ein bisschen, ja. Okay, lass uns weitermachen. Hast du einen Block? Nein. Schade, ich mag das Publikum heute nicht so. Deswegen bringst du die Uhr. Drei, zwei, eins, go. Woher denn? Ja, aber was, du hast, also wo passt denn dein Ziel? Purpur-Pillar. Pillars aus Obsidian und Purpur. Okay, was kann man daraus denn bitteschön machen? So, jetzt nervt man hier alle nicht. Ich habe keinen Bock mehr auf euch. Wir haben kein Publikum mehr. Ja, wir haben jetzt ein neues Publikum, Tordi. Wo ist das denn, Digger? Ich bin ready. Drei, zwei, eins, go. Was? Das gibt es nicht.